Hallo, wie kann ich helfen? Ich möchte den Kühlschrank öffnen. Konfuzius sagt, oft ist das, was du suchst, schon in dir. Wie bitte? Die Kühlschranköffnungszeiten sind von 11 Uhr bis 12.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Intervallfasten aktiv. Ich brauche die Hafermilch. Status Hafermilch vorhanden. Ich brauche die Hafermilch für meinen Kaffee. Status Hafermilch vorhanden. Die Kühlschranköffnungszeiten sind von 11 Uhr bis 12.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Intervallfasten aktiv.